hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal in dem video kannst du dich selber testen ob du denn die theoretische führerscheinprüfung bestehen würdest oder nicht dazu machen wir gemeinsam einen vortest mit den originalen prüfungsfragen die 2020 auf dich warten können dazu machen wir einen eine prüfung simulation für die klasse b also für das auto bedeutet also du hast 20 fragen aus dem grundstoff und zehn fragen vom zusatzstoff also speziell nur für das auto wir haben 45 minuten zeit und du kannst dir einen zettel und einen stift parat legen hier rechts oben findest du nämlich die fehlerpunkte die jede aufgabe geben würde und du darfst ja maximal zehn fehlerpunkte haben in der theoretischen prüfung ich lasse jetzt gleich die fragen und antworten vorlesen lass dich ein bisschen überlegen und danach erkläre ich dir die frage und antwort noch mal etwas deutlicher und jedes mal wenn du eine frage falsch hast dann schreibst du hier rechts oben die fehlerpunkte die diese frage gibt auf den zettel und am ende siehst du dann ob du die prüfung bestanden hättest oder ob du über zehn fehlerpunkte hast und ja dann gebe ich noch ein paar kleine tipps wie du dich besser auf die theoretische vor prüfung vorbereiten könntest falls du über zehn fehlerpunkte hast okay dann lasse ich mal die erste frage vorlesen mit welchem verhalten von radfahrern müssen sie rechnen radfahrer benutzen keine beleuchtung bei dunkelheit radfahrer benutzen radwege auf der falschen seite radfahrer benutzen einbahnstraßen in beide richtungen also wir gehen natürlich immer vom schlimmsten aus und dementsprechend kreuzen wir hier alles an denn all das willst du als autofahrer nicht dass dir das hier passiert in der prüfung simulation siehst du schon wenn wir die frage wenn wir eine frage weiterspringen dann sehen wir nicht gleich ob wir die frage richtig oder falsch beantwortet haben das ist der große unterschied zwischen dem normalen üben und der prüfung dass es einfach nicht gleich siehst wie sollten sie sich jetzt verhalten diese frage gibt fünf fehlerpunkte die scheint sehr sehr wichtig zu sein ich bleibe bremsbereit ich bremse auf schrittgeschwindigkeit ab ich überhole den radfahrer also wie wir schon in der ersten aufgabe gesehen haben kann nicht nur eine auch nicht nur eine antwort richtig sein sondern zwei oder sogar auch alle und in dem fall bleiben wir bremsbereit und bremsen auf schritt geschwindigkeit ab den radfahrer jetzt zu überholen wäre sehr dämlich da da vorne auch die straße etwas enger wird und das wahrscheinlich über die straße rennen wird wie verhalten sie sich anhalten blickkontakt aufnehmen den mann die straße überqueren lassen okay das ist eine blinde person das sehen wir hier an dieser scherpe die ist gelb mit den drei schwarzen punkten drauf dementsprechend halten wir an lassen den mann über die straße gehen blickkontakt aufnehmen wird uns in dieser situation nicht weiterhelfen wie durchfahren sie enge kurven erst beim übergang in die gerade wieder beschleunigen erst im scheitelpunkt der kurve geschwindigkeit vermindern vor der kurve geschwindigkeit vermindern also wichtig ist natürlich dass gang und geschwindigkeit vor der kurve angepasst sind und dass wir erst am scheitelpunkt der kurve also spricht dann wenn die kurve wieder in die gerade geht beschleunigen und nicht erst in der kurve abbremsen das wäre sehr schlecht wann ist das überholen verboten wenn sie nicht die gesamte überholstrecke überblicken wenn die verkehrslage unklar ist wenn sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu überholende hier ist alles richtig natürlich musst du die komplette überholstrecke überblicken können damit du weißt was da kommen könnte wenn die verkehrslage unklar ist natürlich auch also sprich wenn einer von dir ein bisschen komisch fährt vielleicht sogar ein ortsfremdes kennzeichen hat und das kann sein dass er sofort irgendwie anhält nach dem weg fragt oder schon an seinem ziel vorbeigefahren ist oder so da das ist überholen auch eher ungünstig und wenn du nicht wesentlich schneller fährst als der den überholen möchtest dann dauert das ganze ja ewig deswegen ist das überholen da auch verboten die videos kannst du übrigens bis zu fünf mal in der prüfung anschauen also viel zum thema überholen man sieht nicht viel bedingt der kurve hier vorne jetzt können wir uns das video noch vier mal anschauen oder wir gehen zur aufgabenstellung wie verhalten sie sich richtig ich überhole den radfahrer nach der kurve ich überhole den radfahrer zwischen bus und kurve ich überhole den radfahrer vor erreichen des buses also hier gibt es natürlich zwei eng stellen einmal den bus und einmal die kurve dementsprechend überholen wir erst nach der kurve was ist hier richtig bremslicht an die fahrgäste müssen vor dem einsteigen den fließenden verkehr durchlassen wenn niemand behindert oder gefährdet wird darf man rechts auch schneller als mit schrittgeschwindigkeit vorbeifahren man darf mit schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren wenn fahrgäste nicht behindert werden und eine gefährdung ausgeschlossen ist genau du musst die geschwindigkeit immer den schwächsten verkehrsteilnehmern anpassen und in dem fall sind es die fußgänger die über die straße gehen um zur straßenbahn zu kommen dementsprechend kreuzen wir nur die letzte antwort an sie möchten überholen worauf stellen sie sich ein auf links ausscheren des entfernteren radfahrer auf plötzlich auftauchen den gegenverkehr auf plötzliches anhalten des radfahrers direkt vor mir so wenn du dir die radfahrerin da vorne anschaust das fahrrad steht so ein bisschen schräg und die hat ihren blick auch nach rechts gewendet und dementsprechend wenn du irgendwo anders hin schaust wo du hinfahren möchtest dann fährst du normalerweise nicht geradeaus also werden wir hier die erste antwort ankreuzen und die letzte antwort denn es kann sein dass der gleich stehen bleibt und seine freunde dazu grüßen mit gegenverkehr sollte ja nicht zu rechnen sein kommt ja keiner dementsprechend nur eins und drei wenn du das falsch beantwortet hättest oder eine von diesen kästchen von diesen antworten nicht angekreuzt hast dann gibst du dir jetzt hier vier fehlerpunkte auf deinen zettel wie verhalten sie sich beim anfahren vom fahrbahnrand blinken blick in den rückspiegel genügt rückwärtigen verkehr beobachten also natürlich beobachten wir den verkehr setzen den blinker und wenn hier schon steht genügt dann heißt das dass es das andere ja ausschließt und das ist natürlich falsch also hier ist nur eins und drei richtig was müssen sie hier beachten ich muss weiter abbremsen ich muss bei einfahrt in den kreisverkehr blinken ich muss dem pkw die vorfahrt gewähren also erstmal sind wir mit 40 km h natürlich viel zu schnell das heißt wir bremsen weiterhin ab blinken darfst du in den kreisverkehr nicht das wird nur zum verlassen gemacht und wir müssen natürlich dem pkw der im kreisverkehr fährt die vorfahrt geben die ampel zeigt grün sie wollen rechts abbiegen wie verhalten sie sich gegenüber personen welche die straße überqueren in die sie einbiegen möchten den personen das überqueren der straße ermöglichen die personen durch hupen warnen zügig vor den personen abbiegen also wenn du abbiegst dann musste natürlich immer die leute egal ob sie jetzt auf dem fahrrad sind oder zu fuß oder mit einem anderen fahrzeug unterwegs sind passieren lassen also da spricht man dann von vorrang und wenn du abbiegst dann musst du immer den vorrang gewähren was bedeutet dieses verkehrszeichen der schienenverkehr hat immer vorrang es ist immer zu warten wenn sich ein schienenfahrzeug nähert hinweis auf vorhandene elektrische oberleitungen das ist so genannte andreas kreuz das sagt dass der schienenverkehr vorrang hat dementsprechend ist immer zu warten wenn sich ein schienenfahrzeug nähert und dieser blitz auf diesem verkehrs auf diesem andreas kreuz bedeutet dass hier oberleitungen verlegt sind das ganze gibt auch noch mal ohne blitz aber das musst du wissen auf nebeneinander liegenden fahrstreifen für eine fahrtrichtung endet ein fahrstreifen sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren fahrstreifen welches verhalten ist richtig unmittelbar nach dem ersten hinweis auf die fahrbahnverengung in den durchgehend zu befahrenen fahrstreifen einordnen beim einordnen in den durchgehenden fahrstreifen stets zuerst fahren erst unmittelbar vor beginn der verengung im reißverschluss verfahren einordnen hier ist die letzte antwort richtig alles andere stimmt nicht und zwar ist damit gemeint es gibt zwei fahrstreifen und dein fahrstreifen endet das heißt du musst auf den anderen fahrstreifen rüber wechseln erst mal wann wechselst du rüber ganz am anfang oder am ende des fahrstreifen und dann ist damit gemeint dass du am ende des fahrstreifen rüber wechseln solltest weil du ja noch strecke zur verfügung hast und nicht vergessen nach dem reißverschluss verfahren das also bedeutet einer links einer rechts einer links einer rechts damit das ganze auch zügig dann vor entstanden geht sie haben ein geparktes fahrzeug beschädigt trotz angemessener wartezeit ist der geschädigte nicht erschienen was müssen sie tun es genügt ihren namen und ihre anschrift einem unbeteiligten zeugen zu geben sie dürfen den unfallort ohne weiteres verlassen ihren namen und ihre anschrift am beschädigten fahrzeug hinterlassen und den unfall unverzüglich der polizei melden also natürlich ist nur die letzte antwort richtig hier in der ersten antwort haben wir schon mal es genügt ja das ist schon mal komplett komisch es genügt nämlich überhaupt nicht und einfach so vom unterort entfernen das ist eine der schlimmsten sachen die du machen kannst also dementsprechend ist nur die letzte antwort möglichkeit richtig was weist auf überhöhtem kraftstoffverbrauch wegen starkem verschleiß oder falscher einstellung des motors hin starker dunkler auspuff qualm kondenswasser das aus dem auspuff kommt hier ist die erste antwort richtig dunkler qualm ist kraftstoffüberschuss kondenswasser wäre weißer qualm oder dampf und das ist ganz normal das passiert ja warm kalt entsteht halt kondenswasser also dementsprechend ist nur die erste antwort möglichkeit richtig wie verhalten sie sich hier richtig ich lasse das braune fahrzeug durchfahren ich biege vor dem blauen pkw ab ich biege vor dem braunen fahrzeug ab also natürlich lassen wir den braunen durchfahren wir biegen links ab dementsprechend müssen wir den vorrang gewähren ich biege vor dem blauen pkw ab auf gar keinen fall du hast ein vorfahrt gewähren ich biege vor dem jahr hat sich ja erledigt also nur die erste antwort möglichkeit ist richtig hast du das falsch angekreuzt gibst du dir fünf fehlerpunkte welches verhalten ist richtig ich muss warten ich darf die kreuzung vor dem motorrad überqueren natürlich müssen wir warten denn wir haben ein vorfahrt gewähren und hier siehst du schon rechts oben dass diese antwort diese frage und diese frage und sogar die nächste frage vorfahrts fragen sind und dementsprechend immer fünf fehlerpunkte geben und bei vorfahrts fragen also bei diesen fünf fehlerpunkten fragen ist es so wenn du zwei von diesen falsch hast dann hast du zehn fehlerpunkte hast die prüfung aber trotzdem nicht bestanden weil das sehr 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 wichtige fragen sind und nach zwei solchen falsch beantwortet fragen kannst du direkt auch nach hause gehen welches verhalten ist richtig der gelbe pkw muss warten ich muss warten natürlich müssen wir warten wir sind zwar beide auf der abknickenden vorfahrtstraße allerdings verlassen wir diese und der gelbe pkw bleibt auf dieser und dementsprechend kreuzen wir uns mit ihm das heißt wir müssen warten er darf zuerst fahren womit darf man hier nicht fahren mit leicht krafträdern mit kleinkrafträdern mit mufas rund und rot ist verbot und dementsprechend hier ist ein mufa abgebildet also kreuzen wir nur mufa an was gilt nach diesem verkehrs zeichen ich darf nur auf gekennzeichneten flächen parken ich darf fußgänger nicht behindern ich muss mit schrittgeschwindigkeit fahren diese frage gibt vier fehlerpunkte das ist ein verkehrs zeichen bedeutet verkehrs beruhigter bereich du kennst es wahrscheinlich unter spielstraße spielstraße ist was anderes aber du darfst hier nicht schneller als schrittgeschwindigkeit fahren du darfst die fußgänger nicht behindern und es darf auch nur auf gekennzeichneten flächen geparkt werden und das ist eine antwort die weiß man normalerweise nicht wenn man sie nicht gelernt hat denn was soll denn dieses verkehrs zeichen mit parken zu tun haben aber du weißt es jetzt und falls du es nicht weißt verlinkt dir rechts oben eine oder zwei playlist da kommst du dann zum grundstoff und dort findest du alle fragen die du in der prüfung gestellt bekommen könnte ist natürlich auch sowas hier und wenn du etwas mehr erklärungsbedarf benötigt dann verlinke ich dir unten in der beschreibung noch meinen video kurs erkläre ich dir auch die ganzen sachen und die ganzen verkehrs zeichen so wir haben den grundstoff durch jetzt sind wir im zusatzstoff klasse b also das sind jetzt die zehn fragen die du brauchst wenn du den autoführerschein machen möchtest machst du motorrad oder lkw dann hast du jetzt hier andere fragen aber für auto bleibt dran ein pkw mit servolenkung ist mit motorschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden was ist richtig er ist natürlich schon mal die frage was ist überhaupt eine servolenkung die lenkung am liegen gebliebenen pkw geht wesentlich schwerer die lenkung am liegen gebliebenen pkw ist blockiert die lenkung am liegen gebliebenen pkw ist nicht beeinträchtigt also die servolenkung oder sogenannte lenkkraft unterstützung hilft dir dabei dass du das lenkrad bei angeschaltetem motor sehr sehr leicht drehen kannst meistens sogar mit einem finger und ist der motor aus also muss das fahrzeug abgeschleppt werden wegen motorschaden dann geht diese lenkung wesentlich schwerer die scheiben waschanlage funktioniert nicht woran kann das liegen kein wasser im vorratsbehälter düsen verstopft sicherung defekt hier ist alles richtig kann sein dass kein wasser aus dem aus der düse kommt weil die düsen verstopft sind oder einfach kein wasser vorhanden ist oder wenn die sicherung defekt ist du hast ja eine wasserpumpe die das wasser dann auf die scheibe befördert und wenn die sicherung defekt ist dann kann natürlich auch kein strom fließen dementsprechend auch die pumpe nicht arbeiten wodurch können sie kraftstoff sparen wenn sie ein kraftfahrzeug mit automatischem getriebe fahren möglichst oft in der stufe p fahren nach möglichkeit auf den kick down verzichten beim fahren im stadtverkehr den wählhebel immer auf die kleinste fahrstufe stellen also p steht ja für parken dementsprechend will ich mal sehen wie du mit dieser fahrstufe fahren kannst beim fahren im stadtverkehr möglichst auf die kleinste fahrstufe wählen das wäre dann praktisch eins und das bedeutet dass das fahrzeug nur im ersten gang fahren würde also sehr sehr viel kraftstoff verbrauchen würde und der kick down das ist das bedeutet dass du das gaspedal voll durch drückt und das auto entscheidet dann selber welchen also du forderst einfach die stärkstmögliche beschleunigung des fahrzeugs ab und dementsprechend verbraucht es natürlich sehr sehr viel kraftstoff und wenn du darauf verzichtest dann kannst du damit natürlich kraftstoff sparen sie erhöhen ihre geschwindigkeit von 50 km pro stunde auf 100 km pro stunde wie verändert sich der bremsweg entsprechend der faust formel ja das muss man schnell ausrechnen und zwar bremsweg das ist ja geschwindigkeit geteilt durch zehn mal geschwindigkeit geteilt durch zehn müssen wir ganz kurz aus 50 ausrechnen also 50 geteilt durch zehn wenn fünf 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 bis 25 dementsprechend kann es ja nur die letzte antwort möglichkeit sein aber wir rechnen das noch mal aus 100 aus 100 geteilt durch zehn ist zehn und zehn mal zehn ist hundert dementsprechend ist hier die letzte antwort er vervierfacht sich von 25 meter auf 100 meter richtig und wenn du probleme hast mit den faust formeln link unten in der video beschreibung zweiter link da geht es zum video kurs was gilt auf autobahnen halten auf der fahrbahn und auf dem seitenstreifen verboten rückwärts fahren verboten bei dunkelheit darf unter keinen umständen schneller gefahren werden als es die reichweite des abländlichts zulässt also halten ist eine freiwillige fahrt unterbrechung das darfst du natürlich nicht auf der fahrbahn auf dem seitenstreifen seitenstreifen natürlich nur wenn du eine panne hast rückwärts fahren ist sehr sehr gefährlich natürlich dementsprechend verboten wenn ich auf der autobahn nicht schneller fahren würde als man abländlich zulassen würde dann würde ich sehr sehr langsam unterwegs sein und das wäre auch verboten ok wie verhalten sie sich jetzt richtig ich vermeide ruckartige lenkbewegungen ich reduziere meine geschwindigkeit ich lenke stark nach rechts also für diejenigen die es noch nicht gesehen haben hier ist eine wasserpfütze deswegen ist das fahrzeug das uns hingegen gekommen ist auch ausgewichen dementsprechend sollten wir ruckartige lenkbewegungen vermeiden und natürlich die geschwindigkeit reduzieren nach rechts lenken würde ich jetzt nicht tun denn rechts neben dir ist ein graben wodurch wird die auf ein fahrzeug wirkende fliehkraft bei kurvenfahrt vergrößert durch höheren reifen luftdruck durch kleineren kurvenradius durch höhere geschwindigkeit also fliehkraft ist ja die kraft die dich dann praktisch nach außen zieht wenn du eine kurve rein fährst umso höher die geschwindigkeit und umso kleiner der radius also umso enger die kurve desto höher ist die fliehkraft mit dem reifen luftdruck hat das ganze natürlich nichts zu tun wozu kann langes fahren mit höherer geschwindigkeit führen das gefühl für die geschwindigkeit lässt nach es wird zu dicht aufgefahren die reaktionsbereitschaft nimmt zu also du musst aufpassen wenn du lange zeit schnell fährst dann gewöhnst du dich an das gefühl dementsprechend bist du auch nicht mehr so ganz aufmerksam das heißt es kann auch sein dass du etwas dichter auf den vordermann aufwärts weil du einfach mit der geschwindigkeit und dem abstand so ja man gewöhnt sich halt einfach dran und hier bei der letzten antwort möglichkeit musst du sehr stark aufpassen die reaktionsbereitschaft nimmt nämlich nicht zu die nimmt ab ja also hier geht es einfach nur um den letzten und das letzte wort und dementsprechend kreuzen wir das hier nicht an das würde ja bedeuten dass du nach zwei stunden wenn du 150 oder 200 fährst voll die gute reaktion hast und das ist natürlich nicht so dementsprechend kreuzen wir das nicht an wie müssen sie sich verhalten wenn im fernlicht plötzlich wild auftaucht hupen und bremsen sofort abblenden mit fernlicht unverändert weiterfahren also das wild wird verschreckt wenn du hupst und wenn du dann die geschwindigkeit reduzierst wäre es natürlich top ansonsten abblenden bedeutet dass du das fernlicht ausschaltest sonst bleibt das tier nämlich in dem lichtkegel stehen und mit fernlicht unverändert weiterfahren wie gesagt dann wird das tier einfach auf der straße stehen bleiben und schaut dann so in dein lichtkegel rein hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen in so einem auf so einem bild oder so oder wenn du mit deinem fahrrad nachts in eine straße rein fährst und da steht eine katze auf der straße und du kommst dann mit dem licht dann schaut die einfach nur in dieses licht rein aber sie bewegt sich nicht sie erkennen nachts auf einer landstraße fußgänger auf ihrer seite wie verhalten sie sich wenn sie durch ein entgegenkommendes fahrzeug geblendet werden aufblenden und mit unvermindeter geschwindigkeit weiterfahren geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten beschleunigen um möglichst schnell aus dem bereich der blendung herauszukommen also wenn du irgendwas mit sichtproblemen hast natürlich nie beschleunigen oder irgendwie mit gleichbleibender geschwindigkeit weiterfahren wir verringern immer die geschwindigkeit und notfalls bleibst du einfach stehen das ist dann immer die richtige antwortmöglichkeit okay wir haben alle fragen durch jetzt gehen wir hier auf abgeben und schauen mal nach ob du ob wir die prüfung oder du die prüfung bestanden hättest ja schon mal einfach mal nach tatsächlich wir hätten die prüfung mit null fehlerpunkten bestanden mich interessiert jetzt wie viele fehlerpunkte du gehabt hättest schreib doch mal unten in die kommentare wie viel fehler du dir auf deinen zettel geschrieben hast und auch vielleicht welche fragen du falsch beantwortet hättest ob das jetzt vorfahrts fragen waren oder die technik fragen zum beispiel die zehn klassen spezifische also nur für den klasse b führerschein da muss man ja schon ein bisschen aufpassen und wenn dir das video geholfen und gefallen hat dann würde ich mich sehr freuen wenn du mir einen daumen nach oben da lässt und um keine weiteren videos mehr zu verpassen kannst du den kanal natürlich kostenlos abonnieren dann bekommst du jeden donnerstag und sonntag ein neues video von mir ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten mal bis dann